Die Bibel in einem Jahr, Tag 209. Unwiderruflich berufen. Wie viele Juden, so hat auch mein Vater nie in Israel gelebt. Das jüdische Volk ist über die ganze Erde zerstreut. 1947 wurde der Staat Israel neu gegründet. Heute leben ca. 7,5 Millionen Menschen in Israel, rund 6 Millionen davon sind Juden. Viele Juden sind nach wie vor über die Welt zerstreut. Mir gefällt, wie Eugene Peterson in der heutigen Passage des Neuen Testaments, in der The Message Bible vom jüdischen Volk als Insidern und von den Nichtjuden als Outsidern spricht. Mittlerweile gibt es viele Juden, die Christen geworden sind. Tatsächlich waren die ersten Christen jüdische Insider. Aber heute hat die große Mehrzahl der Christen nichtjüdische Wurzeln und gehört damit zu den Outsidern. Was hält die Zukunft für die Insider bereit? Den Schlüssel zu Paulus' Verständnis darüber finden wir in Römer 11, Vers 29. Die Gaben, die Gott gibt und die Berufung, die er ausspricht, gelten für immer. Auch das ist ein Thema, das die gesamte Bibel durchzieht, wie wir an unseren heutigen Leseabschnitten sehen. Vor langer Zeit sprachst du zu denen, die dir die Treue hielten. In einer Vision hast du ihnen offenbart. Ich habe einen jungen Mann aus dem Volk ausgewählt, den ich zu einem starken Helden machen will. David ist sein Name. Ihn habe ich gefunden und mit heiligem Öl zum König gesalbt. Immer will ich treu zu ihm stehen, und durch mich wird er mächtig werden. Im Gebet wird er zu mir sagen, du bist mein Vater, mein Gott und mein Fels, bei dem ich Rettung finde. Für alle Zeiten darf er wissen, ich bin ihm gnädig, mein Bund mit ihm wird für immer gelten. Nie wird sein Königsgeschlecht aussterben. Sein Thron wird bleiben, solange der Himmel besteht. Gottes Bund mit den Menschen gilt für alle Zeit. Am Bund zwischen Gott und David sehen wir, dass Gottes Gaben und seine Erwählung unwiderruflich sind. Gott erwählte einen jungen Mann aus dem Volk, dem er Gaben und Stärke verlieh. Er salbte ihn, sagte ihm seine ewige Treue und Gnade zu und dass er ihn immer lieben würde. Ich will ihn lieben und ihm für immer gnädig sein. Mein Bund mit ihm wird niemals enden. Ich will ihm Nachkommen schenken. Sein Thron wird bleiben, solange der Himmel besteht. Diese Verheißung wurde ursprünglich David gegeben und mehrfach bestätigt. Im Buch Jesaja wird diese Zusage Israel gemacht. Ich will einen ewigen Bund mit euch schließen. Er soll so verlässlich sein wie die Gnade, die ich an David bewiesen habe. Paulus belegt schlüssig, dass sich diese Verheißung in Jesus erfüllt hat. Er schreibt, diese gute Botschaft von Gottes Verheißung an unsere Vorfahren hat sich an uns, den Kindern, erfüllt, als Gott Jesus auferweckt hat. Er zitiert Jesaja weiter. Ich werde dir Segen zuteil werden lassen, den ich David versprochen habe. Gott hat versprochen, dass seine Liebe zu dir ewig ist und dass du durch Jesus allen Segen erbst, den er David versprochen hatte. Er sagte, du bist geliebt, du bist gesalbt, er wird dir Kraft geben, du bist unwiderruflich auserwählt. Vater, danke für deine treue Liebe. Du bist mein Vater, mein Gott, mein rettender Fels. War es nun Gottes Absicht, dieses Volk fallen zu lassen, weil sie sich von Christus abgewandt haben? Bedenken wir aber, welchen Segen schon die ablehnende Haltung und die Schuld Israels allen anderen Völkern brachte, wie groß wird erst der Segen sein, wenn das ganze Israel für Christus gewonnen ist. Denn kam es schon zur Versöhnung der Völker mit Gott, als er sich von Israel abwandte, wie herrlich muss es werden, wenn Gott sich seinem Volk wieder zuwendet. Dann werden die Toten zu neuem Leben erwachen. Mit dem ersten Brot, das Gott zum Opfer gebracht wird, ist nämlich die ganze Ernte Gott geweiht. Und sind die Wurzeln eines Baums gut, dann sind es auch die Zweige. Einige Zweige dieses Baums sind herausgebrochen worden. An ihrer Stelle wurdet ihr als Zweige eines wilden Ölbaums aufgepfropft. So lebt ihr von den Wurzeln und Säften des edlen Ölbaums. Bildet euch aber deshalb nicht ein, besser als die herausgebrochenen Zweige zu sein. Denn nicht ihr tragt die Wurzel, sondern die Wurzel trägt euch. Zweierlei sollt ihr daran erkennen. Gottes Güte und seine Strenge. Gottes Strenge seht ihr an denen, die ihm untreu geworden sind. Seine Güte aber gilt euch, wenn ihr euch immer auf sie verlasst. Sonst werdet auch ihr wie jene Zweige herausgebrochen. Umgekehrt werden alle aus dem Volk Israel wieder eingepfropft, wenn sie den Glauben nicht länger ablehnen. Gott hat sehr wohl die Macht dazu. Immerhin hat er euch als Zweige eines wilden Ölbaums dem edlen Ölbaum aufgepfropft, was sonst niemand tun würde. Wie viel mehr wird Gott bereit sein, die Juden als die herausgebrochenen Zweige wieder auf den Ölbaum zu pfropfen, auf den sie ursprünglich gehörten? Damit ihr das nicht falsch versteht und auf die Juden herabseht, liebe Brüder und Schwestern, möchte ich euch ein Geheimnis anvertrauen. Ein Teil des jüdischen Volkes ist verhärtet und verschlossen für die rettende Botschaft. Aber das wird nur so lange dauern, bis die volle Anzahl von Menschen aus den anderen Völkern den Weg zu Christus gefunden hat. Wenn das geschehen ist, wird ganz Israel gerettet, so wie es in der Heiligen Schrift heißt, aus Zion wird der Retter kommen. Denn Gott fordert weder seine Gaben zurück, noch widerruft er die Zusage, dass er jemanden auserwählt hat. Früher habt ihr Gott nicht gehorcht. Aber weil die Juden Christus ablehnten, hat Gott euch seine Barmherzigkeit erfahren lassen. Jetzt wollen die Juden nicht glauben, dass Gott durch Christus mit jedem Menschen barmherzig ist, obwohl sie es doch an euch sehen. Aber auch sie sollen schließlich Gottes Barmherzigkeit erfahren. Denn Gott hat alle Menschen ihrem Unglauben überlassen, weil er allen seine Barmherzigkeit schenken will. Gottes Verheißung an Israel bleibt bestehen In Kapitel 11 beantwortet Paulus die Frage, hat denn Gott sein Volk verstoßen mit Davon kann keine Rede sein, denn Gott fordert weder seine Gaben zurück, noch widerruft er die Zusage, dass er jemanden auserwählt hat. Trotzdem macht es Paulus sichtlich zu schaffen, dass die meisten Jesus noch nicht angenommen haben. Er spricht davon, dass sie gestrauchelt und verstockt sind. Sie sind wie herausgebrochene Zweige eines Olivenbaums. Wie passt das mit der unverrückbaren Zusage Gottes zusammen, die er den Juden im Alten Testament gemacht hat? Erstens, nur das Herz mancher Juden ist verschlossen. Immer gab es einen Rest, der aus Gnade erwählten. Zweitens, die Verstockung brachte Frucht, denn ihr Ungehorsam führte dazu, dass auch die anderen Völker gerettet werden. Drittens, die Verstockung war nur temporär. Sind sie so tief gefallen, dass sie hoffnungslos verloren sind? Nein, auf keinen Fall. Das Herz mancher Juden ist verschlossen. Doch das wird nur so lange anhalten, bis die von Gott bestimmte Anzahl von Menschen aus den anderen Völkern zu Christus gefunden hat. Wenn nun die anderen Völker so reich beschenkt wurden, weil die Juden Gottes Angebot der Erlösung ablehnten, wie viel größeren Segen wird es dann für die Welt bedeuten, wenn die Juden es schließlich annehmen? Dieser letzte Punkt ist Paulus besonders wichtig. Ihm liegen die Menschen so am Herzen. Sehnlichst erwartet er, dass das Volk Israel dazugehört. Er fährt fort, ganz Israel wird gerettet werden. Und spricht dabei nicht von, falls das eintritt, sondern davon, wenn es passiert. Er verwendet das Bild eines Olivenbaums für das Volk Israel. Christus kam und das Volk lehnte ihn ab. Der Baum wurde umgehauen, aber die Wurzel blieb stehen. Der Gärtner pfropft Nichtjuden in den Stamm ein. Es wird die Zeit kommen, wenn die Zweige, also die Juden, wieder eingepfropft werden. Dann ist der Baum komplett. Die Nichtjuden wachsen aus dem Stumpf. Sie tragen die Wurzel, die Juden nicht, sondern die Wurzel trägt sie. Der göttliche Heilsplan erfüllt sich in drei Stufen. Erstens der Unglaube beim Großteil Israels. Einige dieser Zweige, damit sind die Juden gemeint, wurden herausgebrochen. Zweitens der Einschluss vieler Outsider durch Glauben an Jesus. Du, der Zweig eines wilden Ölbaums, wurdest eingepfropft. Und drittens die Rettung ganz Israels. Aber was heißt, ganz Israel wird gerettet werden? Einige argumentieren, es bedeutet, dass es eine Rettung jenseits von Christus gebe. Dieser Standpunkt ist jedoch nicht haltbar. Paulus argumentiert den ganzen Römerbrief hindurch, dass Jesus der Weg zur Rettung ist. Andere argumentieren, dass die ganze Nation Israel, jeder Einzelne an Jesus glauben werde. Im Alten Testament und anderer jüdischer Literatur wird immer wieder von ganz Israel gesprochen, wobei damit nicht jeder einzelne Jude ohne Ausnahme, sondern Israel als Ganzes gemeint ist. Und in diesem Kontext ist auch Paulus' Aussage zu sehen. Paulus betrachtet Gottes Umgang mit der ganzen Nation. Ihre volle Zahl ist also nicht auf dieselbe Weise zu verstehen wie der Reichtum der Nichtjuden. Eine Bekehrung von Nichtjuden in großem Stil wird gefolgt werden von zahlreichen Bekehrungen im Volk Israel. Paulus schließt, früher habt ihr Gott nicht gehorcht. Aber weil die Juden Christus ablehnten, hat Gott euch seine Barmherzigkeit erfahren lassen. Jetzt wollen die Juden nicht glauben, dass Gott jedem Menschen durch Christus barmherzig ist, obwohl sie es doch an euch sehen. Aber auch sie sollen schließlich Gottes Barmherzigkeit erfahren. Denn Gott hat alle Menschen ihrem Unglauben überlassen, weil er allen seine Barmherzigkeit schenken will. Danke, Herr, dass du weder deine Gaben noch unsere Erwählung zurücknimmst. Ich bete, dass wir bald eine große Erweckung sowohl unter Nichtjuden als auch im Volk Israel sehen werden. Jabetz war angesehener als seine Brüder. Seine Mutter hatte ihm den Namen Jabetz, er bereitet Schmerzen, gegeben, weil seine Geburt sehr schwer gewesen war. Aber Jabetz betete zum Gott Israels und rief, Bitte segne mich doch und erweitere mein Gebiet. Steh mir bei mit deiner Kraft und bewahre mich vor Unglück. Kein Leid möge mich treffen. Und Gott erhörte sein Gebet. Die Stämme Ruben, Gad und der halbe Stamm Manasse hatten ein Heer von 44.760 Mann. Sie führten Krieg gegen die hagaritischen Stämme, gegen Jetur, Nafisch und Nodab. In der Schlacht schrien sie zu Gott um Hilfe. Weil sie ihm vertrauten, erhörte er ihr Gebet und gab ihnen den Sieg über die Hagariter und ihre Verbündeten. In der Schlacht waren sehr viele Feinde gefallen, denn Gott selbst kämpfte für Israel. Gottes großzügiges Wesen und sein Segen ändern sich nicht. Gott herrscht über die Geschichte. Seine Gaben und seine Erwählung sind unumkehrbar. Was sich im Neuen Testament erfüllte, nahm seinen Anfang im Alten Testament. Der Chronist verfolgt Israels Geschichte von Anfang an. Gott ist souverän. Der Krieg war von Gott ausgegangen. Sind wir also nur Marionetten? Schachfiguren auf Gottes Brett ohne Wahlmöglichkeit oder freien Willen? Keineswegs. Du wirkst bei Gottes Plan mit. Was du tust, macht einen Unterschied zum Guten oder zum Bösen. Erstens, widerstehe ehrlosem Handeln. Unser Handeln kann dazu führen, dass wir den Segen Gottes verlieren. Der älteste Sohn Israels war Ruben. Doch weil er mit einer der Nebenfrauen seines Vaters geschlafen hatte, ist Ruben im Geschlechtsregister nicht als erstgeborener Sohn verzeichnet. Er verlor ein großartiges Erbe, weil er seine Begierden nicht im Griff hatte. Zweitens, sei ein Ehrenmann oder eine Ehrenfrau. Jabets dagegen war ein Ehrenmann. Das Gebet des Jabets bewirkte etwas. Es ist nicht gerade das selbstloseste Gebet, das wir in der Bibel finden. Trotzdem erhörte Gott es. Jesus lehrte uns unter anderem zu beten, unser tägliches Brot gib uns heute. Unser höchstes Ziel sollen Gottes Ehre, sein Königreich und sein Wille sein. Aber es ist nicht falsch, Gott auch um seinen Segen, seine Gegenwart, Bewahrung und Heilung in unserem eigenen Leben zu bitten. Ebenso schenkte Gott seinem Volk den Sieg, denn in der Schlacht schrien sie zu Gott und er erhörte ihr Gebet, weil sie ihm vertrauten. So wurde ihnen geholfen. Es ist Gottes Kampf. Er hat die Kontrolle. Trotzdem machen deine Gebete einen Unterschied. Herr, ich danke dir, dass meine Erwählung unwiderruflich ist. Danke, dass die Schlacht die deine ist und dass meine Gebete trotzdem einen Unterschied machen. Herr, ich schreie heute in meinen ganz persönlichen Schlachten zu dir. Noch ein Gedanke meiner Frau. Erste Chronik 4, Verse 9 bis 10 Das Gebet des Jabes Wahrscheinlich verbringe ich viel zu viel Zeit damit, für mich und meine Familie zu beten. Aber Jabes Gebet klingt auch recht ichbezogen. Und Gott hat es offenbar trotzdem erhört. Dankeschön, Herr,ignor hast du nie gripiert. Aber ich schaffe es Ihnen von mir fest corrigiert. Die двухg��側 sind schrordschrättaig, Standard und payroll